Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Zeitraffer-Video. Ich habe die GoPro über Nacht versucht laufen zu lassen und den Sternenhimmel aufzunehmen. Es war ja wolkenlose Nacht. Das Problem ist, um ca. 1 Uhr hat sich dann die Kamera aufgehängt und ich habe nur knapp 700 Bilder. Ist sehr ärgerlich, wäre mir nämlich lieber gewesen, sind nämlich sehr schöne Aufnahmen geworden, finde ich. Aber kann man leider nichts machen. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß bei Sternenhimmel über Münsing und freue mich das nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet. Und wie immer, lasst mir noch ein paar Kommentare da, ein bisschen Feedback, wie es euch gefallen hat, damit ich die Videos in Zukunft besser machen kann. Bis zum nächsten Video. Servus! 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 Vielen Dank.